Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir und ja, heute spielen wir Wer bin ich und mein Gegner ist der lieber Pancake. Hi. Hi. Ja, hi. Ja, er hat schon gesagt, ich bin der Pancake und ich mache sowas ähnliches eigentlich auf meinem Kanal. Also ja, wir werden uns jetzt erstmal die Charaktere um den Ohren hauen. Oh yeah. Du, wer will anfangen? Fang du mal an oder so. Alles klar. Bin ich männlich? Ja. Ich habe kurze Haare. Ich würde sagen nein. Okay. Also lang sind die jetzt auch nicht wie bei Mädchen oder sowas, aber kurz sind die auch nicht. Alles klar. Alles klar. Ähm, bin ich männlich? Hm. Äh. Also ich würde die Richtung gehen, ja. Okay. Bin ich ein Mensch? Nein. Okay. Okay. Ah, ich bin ja dran. Ja, ja. Ich schneide eh. Ja, klar, klar. Ähm. Hm, hm. Ich habe mittellange Haare also. Das heißt, lief der Anime, in dem ich bin, im deutschen Fernsehen? Ähm, ich glaube bis jetzt nicht. Es sei denn, es ist halt kein Free-to-Re gewesen, äh, Free-TV gewesen. Ich habe keine Ahnung, ob es dann... Also läuft der nicht im Free-TV? Naja. Okay. Ähm. Toll. Ich bin ein Monster. Oder, nein. Kein Monster. Ich bin kein, ähm, ich bin kein Mensch. So. Du bist kein Mensch. Ähm. Bin ich ein Ghoul? Nein. Schade. Ah. Hm, 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 hm. Ha, ich habe mittellange Haare und dann... Ha. Ich habe mittellange Haare. Und der Anime lief nicht im deutschen Fernsehen. Also Saitama hätte ich jetzt schon mal nicht gesagt. Ähm. Hm. Hm. Ist es ein Sport-Anime? Nicht wirklich, nein. Eigentlich nicht. Nö. Was meinst du? Nein, warte, warte, warte. Was meinst du mit eigentlich wirklich nicht? Ich weiß, ich weiß nicht, ob die da kurz irgendwas mit Sport gemacht haben, aber ich glaube nicht. Okay, okay, gut, okay. Ähm. Habe ich den Körperaufbau eines Menschen? Hm. Kannst du die Frage anders formulieren? Hä? Sehe ich so aus wie ein Mensch, aber bin kein Mensch? Ja. Okay. Oh Gott. Bin ich ein Gott? Nee. Okay. Mh. Habe ich psychopathische Nagungen. So weit ich weiß nicht. Hm. Äh. Gibt es in meinem Anime Magie? Beschreib mal Magie. Also, halt, was es nicht in unserer Welt gibt. Ja, definitiv. Ein Humunk... Nee, warte. Humunkoli. Bin ich ein Humunkoli? Nope. Okay. Also, ich bin männlich, habe mittellange Haare, habe keine psychopathischen Neigungen, bin ich nur Mensch? Ja. Die Sache, in dem ich für den Anime stehe, meine Ziele, sind die gut? Ja, eigentlich schon. Verteidige ich irgendwas im Anime? Okay. Verteidigen. Ich würde Nein sagen. Okay. Kämpfe ich mit Waffen, also mit einer Waffe, oder? Ja, kämpfe ich mit einer Waffe? Mit einer Waffe? Oder mit mehreren Waffen. Okay, mach erstmal mit mehreren Waffen. Ja, ja, ja. Ach Gott. Ach Mann. So viele Anime, kenne ich gar nicht. Aber das ist ziemlich einfach, wenn man eigentlich drauf gekommen ist. Dann sagst du, ah, ah, ah. Ne? Gehe ich noch zur Schule? Nein. Ach, ich bin, also ich bin nur Mensch. Ja. Ich habe lange Haare. Ich habe keine psychopathischen Tage. Bin ich nicht volljährig? Warte. Oder warte, 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 warte. Sehen mich andere Leute nicht voll, als nicht volljährigen? Also, er ist nicht volljährig. Also, ja, er ist nicht volljährig. Also, okay, gut. Ich bin nur Mensch. Spiele ich in einem Anime, wo wo halt Magie und sowas ist? Ich würde eigentlich so Nein sagen, aber ein bisschen ist da vielleicht auch drin. So ein ganz kleines bisschen. Zauber auf der Glitter. Ja. Also, ja oder nein? Also, ich weiß nicht, ob... Ich weiß es nicht. Ich würde eigentlich so Nein sagen, aber die eine Sache ist auch sehr unnatürlich. Aber ich sage einfach mal, Nein. Ja, gut, gut. Vielleicht ein ganz kleines bisschen, aber... Alles klar. Ähm... Kämpfe ich mit Bomben? Ja, auch. Ja, auch, auch. Ja, auch, ja. Kommen wir aus dem Betum? Nee, warte, nein. Das sind nur normale Menschen. Das sind nur normale Menschen. Hm, bin ich... Das ist nur ein kleines Fennens. Kommen wir aus dem Betum? Ähm... Nee, das ist auch alles mit normalen Menschen. Ja, ich habe gar nicht mehr so viele Anime geschaut, wo es unnatürlich ist und so mit Menschen und so. Kämpfe ich auch mit Fäusten? Ja. Ja. Oh Gott. Ähm... Natürlich. Ich bin aber ein Mann. Das heißt... Sehe ich bestimmte Personen? Ja. Ja, also ich meine... Ich sage einfach nur so, ja. Ja, okay, dann bin ich aus Anohana. Ja. Das habe ich gewusst, ey. Ähm... Ich bin... Wie heißt der? Der Hauptcharakter... Der... Goddammit... Ich gucke jetzt gerade nicht im Internet, wie der Hauptcharakter heißt. Ich kann dir sagen, aber du, ich weiß, dass du den meinst. Ja, der, wo immer die Schule geschwänzt hat. Ja. Jinta. Bezielt das, oder? Ja, ja. Okay, gut. Dann mache ich bei dir auch ein bisschen lockerer dann. Läuft irgendwie. Ach, ich bin immer noch? Weil ich... Ähm, nee. Ich kann dir auch jetzt schon den nächsten Charakter geben. Na, komm, dann bist du jetzt. Okay, äh... Gott. Besteht mein Anime aus mehr als zwölf Episoden? Alter, muss ich jetzt mal gucken. Das ist... Warte, ganz kurz. Da, 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 da. Nein. Okay. Ähm... Nächster Charakter. Ich bin weiblich. Nein. Heute kommen die weiblichen Charaktere anscheinend nicht so an. Ähm... Mit was? Welche Anime kämpfen mit Waffen? Bin ich denn ein Dämon? Nein. Ach, Mann. Ähm... Ich bin also ein Mann. Bin ich maskulin? Nee. Okay. Ähm... Kämpfe ich mit Schusswaffe? Ähm... Auch, ja. Okay. Mit was kämpft ihr nicht? Genau. Ach, Gott. Warte. Komme ich aus... Black Bullet? Äh, Black Bullet? Black Bullet? Nein. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob da unnatürliche Kräfte drin sind oder sowas. Keine Ahnung. Ähm... Ich gehe also eher in die Richtung, nicht maskulin zu sein. Ich stelle es mir nämlich nicht so vor, aber es kann sein. Habe ich nicht gesehen. Also, ja. Okay. Hm. Ähm... Habe ich eher dunklere Haare? Ja. Trage ich keine Brille? Ja. Der Anime, in dem ich bin, kommen da häufiger komische Grimassen vor? Hm. Wie man es nimmt? Ich glaube, äh, ja. Bin ich Gott? Nein. Ähm... Du hast es mir nicht einfach gemacht, glaube ich. Oder ich komme einfach nicht drauf. Wo kämpft niemand? Wo kämpft niemand? Genau, wo kämpft niemand? Wo kämpft kein Mensch. Wo ist kein Mensch? Äh, 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 äh. Gibt es bei mir Roboter? Also so Roboter? Ja, auch. Ach Gott. Oh. Hm. Komme ich aus Tengen-Thorpa-Gurenla-Gan? Nein. Ach, Mann. Ähm. Ich bin halt so kein Prellenträger. Das heißt... Ich bin minderjährig? Nein. Oh, okay, 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 okay. Äh. Komme ich aus einem bekannten Anime? Ich würde schon sagen, ja. Okay. Der Anime hat zwölf Folgen. See, see. Fliege. Okay. Ähm. Gott. Falsch. Nein. Bei mir ist keine Zombie-Akalypse ausgebrochen. Ich meine, was ist denn da nicht ausgebrochen? Alles. Nicht, dass ich wüsste, aber es wäre auf jeden Fall möglich. Alles klar. Ähm. Komme ich aus Code Geass? Nein. Ach. Tables turned, bitch. So weißt du. Ähm. Also ich bin erwachsen. Ja. Ich bin ein junger Erwachsener. Wann sagst du denn zu alt? Ich bin kein junger Erwachsener mehr, ab 25 ungefähr. Okay, kein junger mehr. Ähm. Lebe ich noch? Ja. Ja. Oh Gott. Das ist... Das ist... Das ist bestimmt einfach, aber ich komme da nicht drauf. Ähm. Action, action. Du brauchst da eine Frage, die dich in die richtige Direktion führt, ja? Dann hast du es. Ich habe ja eigentlich schon gefragt, ob es ein Kampf-Anime ist. Nein. Hast du nicht. Ist es ein Kampf-Anime? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Aber... Man muss ja bei nachfragen. Ähm. Ist der Anime mit Aliens? Ja. Ja. Ähm. Toll. Komme ich aus Parasite? Nein. Ach man. Ähm. Bin ich für andere eine Vorbildsperson? Für irgendjemanden? Bestimmt. Habe ich... Lange Haare? Ich denke so wie vorher, ja. Also so wie bei der einen... Bild in einem vorher. Okay, okay, okay. Verteidige ich jetzt was? Ähm. In den Anime? Hat der das mal getan? Ich glaube, ja. Ja. Ich sage einfach mal ja. Er hat das verteidigt mal. Ja. Geht der Anime mehr als zwölf Episoden? Jetzt muss ich gucken. Ja. Geht er? Gibt es da von der OVA? OVA? Ja. Und mich aus Mirai Nikki? Ja. Oh Mann! Ähm. Ja, ich bin da... Ich bin Yu... Ähm. Yuki. Nein. Shit! Nee, diesmal habe ich nicht den ganzen Hauptcharakter genommen. Oh Mann. Äh. Ich bin ja auch nicht erwachsen, ey. Ich bin... Ich bin ja dumm. Ja. Habe ich den Anime geguckt? Also ist da meine Liste drin oder ist das was deiner? Was hast du denn geguckt? Da steht ja hier drin. Okay. Ich habe keinen Plan. Das ist korrekt, ja. Bin ich Gamer? Bist du Gamer? Gamer ist oder Gamer. Auf dem Gaming-Tandem. Nee, nee. Also... Nee, besser mit. Keine Ahnung. Ich komme aus Mirai Nikki und bin älter. Ja. Bin ich Polizist? Ja. Na also, dann bin ich der Polizist von Mirai Nikki. Ja. Mann. Das zählt, oder? Ja. Der letzte Charakter, den arrehst du nicht. Den habe ich extra schwer gemacht. Okay, okay, warte. Ich rate jetzt einfach mal so. Warte. Du hast ihn extra schwer gemacht, sagst du? Ja. Und er war in meiner Liste. Ja. Bin ich Kaito Kid. Ach, nee. Kaito Kid ist cool. Das wäre jetzt geil gewesen. Kaito Kid wäre cool. Vor allem, damit habe ich erst so gedacht, vielleicht nehme ich Kaito Kid. Aber nee, kein Bock gehabt. Du musst dann eher so Drumrolls machen und dann, wenn ich sage, dass es nicht so ist, dann musst du so... Du, 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 du... Ähm... Ich bin kein Mensch. Ja. Ach, Mann. Naja, also, du bist nicht zu 100% Mensch. Bin ich mit Halbdämon? Nein. Ach, Mann. Der dritte. Komm ich aus einem Anime, der bekannt ist hier in Deutschland? Ja. Der ist bekannt. Komm ich aus Dragon Ball? Also, nicht so bekannt, aber nein. Ja. Haben wir bei den Anime geguckt? Ja. Oh Gott. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Wäre nett. Ähm... Du bist nicht der Hauptcharakter. Du gehörst aber zum Hauptcast. Okay. Gibt es von mir einen Film? Das weiß ich nicht, aber bestimmt... Also, ich meine... Ich meine, es wird bestimmt mal einen geben, aber ich kann jetzt keinen jetzt im Moment... Werde dich von einem System überwacht? Nee, nicht, dass ich wüsste. Oh, Mann. Scheiße. Ähm... Ich komme aus einem Anime, wo normale Sachen passieren in einer normalen Welt. Nein. Okay. Würde ich nicht sagen. Oh Gott. Oh Gott. Bin ich aus Noragami? Nein. Ach, Mann. Hätte ich vielleicht ein Shiki sein können oder sowas. Hier, hier. Ich gebe... Soll ich dir noch einen Tipp geben? Ja. Du bist... Du bist... Du bist einfach mal... Hm, warte. Ich will es ja nicht zu einfach machen. Hier, ähm... Du, äh... Hm... Du bist ein Sidekick. Okay. Mhm. Ach, bin ich jetzt? Ja. Ich bin in einem Anime, wo keine normalen Sachen passieren in einer nicht normalen Welt. Ja, denke ich mal, ja. Ich habe Fähigkeiten. Ja. Besondere Fähigkeiten. Ja. Ich bin nicht zu 100% ein normaler Mensch. Hm, ja. Ich habe... Aber der ist ja männlich wieder. Ich bin auch männlich, oder? Ja. Okay, gut. Jetzt habe ich mir so... Nein. So schnell so gekribbelt, so auf dem Blatt Papier, so schnell geändert. Ähm... Bin ich overpowered? Würde ich nicht sagen. Okay. Komm ich aus Runpunch, man. Ja. Ja? Ja. Warte. Finde ich einen Cyborg? Mhm. Oh. Bin ich genaus? Si. Si. Okay. Also richtig. Gut. Alter! Ja, hast gewonnen, ne? Wah. Okay. Okay, ähm... Ja, bin ich oder willst du weitermachen? Hm, mach du weiter. Okay. Ich bin minderjährig. Nein. Ah! Bin ich... Menschlich. Nö. Nö. So nach dem Motto, ob du gefragt hast, ob deine Person an sich menschlich ist. Ich so... Ähm... Habe ich eine schwere Vergangenheit? Hm, ja. Wurde ich rumgeschubst in der Vergangenheit. Nein. Okay. Also, Mensch bin ich schon mal nicht. Ja. Ähm... Jetzt... Jetzt kann ich mich wieder überlegen. Ähm... Bin ich grün? Nicht, dass ich schüsse, ne? Ach, schau. Ich kann dir einen Tipp geben. Wissen nicht, Janis. Okay. Ähm... Ich bin also... Volljährig. Ja. Okay. Ich... Komm ich aus Parasite? Nein. Ach. Ähm... Bin ich ein Titan? Nö. Ach, schade. Du denkst, ich sagst, das ist Titan Nummer 13 im Anime, oder was? Nö, vielleicht dieser Riesentitan, ja. Gleich am Anfang. Ähm... Attack on Titan. Komme ich aus einem Anime, der auf Deutsch gedubbt wurde? Ja. Mit der besten deutsche Synchro. Glaube ich. Das ist ein Tipp, den hättest du mir nicht geben dürfen, ey. Ja. Ja, ja. Hast du viele gut gedubbte... Warte, wie viel hast du geguckt? Ne, dann ist es auf jeden Fall nicht nur Ragami, weil die Synchro, die mag nicht jeder. Also ich mag die. Ja, ich mag die auch, aber viele sagen halt, die mögen sie nicht. Die passt irgendwie nicht, sagen die meisten, oder? Ja, ja, ich find die gut. Okay, ähm... Die beste Synchro. Da muss es ja nur aus One Piece sein. Nö. Scheiße. Schleichwerbung für One Piece gemacht. Äh... Komme ich aus One Punch Man? Nein. Hätte ja sein können. Am Ende so, du warst doch Janice. Dreimal hinterlandern Janice. Ähm... Ich bin voll gärig. Habe ich eher helleres Haar? Ja. Habe ich... meinen Arm verloren? Nein. Shit. Oh Gott. Ähm... Komme ich aus einem Action-Anime? Definiere Action. Kämpfe. Ja, schon. Das sag ich jetzt einfach schon. So, Bumm, Krach, Bäm. Ja. Weinst du? Naja. 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 Okay. Ähm... Ben ist schlau. Ja. Sag einfach mal schlau, ja. Naja, aber ich sag jetzt mal so, wie ich das ja... Ähm... Ähm... Bin ich... Bin ich... Bin ich kleiner? Nö. Bin ich ein Geist? Ähm... Kannst du die Frage anders stellen? Okay, ähm... Können mich andere Leute nicht sehen? Warte. Habe ich gefragt? Nee, keine Ahnung. Nein, das kann ich gar nicht sein. Oder? Ob alle Leute dich nicht sehen können? Oder eine Person nur mich sehen kann? Ähm... Ja... Like Anohana. Oder sowas. The feels, man. The feels. Ähm... Ja. Okay. Bin ich Memma? Nein. Nein? Nein. Hörf. Uh... Okay. Ähm... Ähm... Warte, trage ich dieses Mal eine Brille? Ja. Spiel dich Klavier? Nein. Shit. Ich hab ja hälle Haare. Ähm... Ähm... Also komme ich jetzt aus Anohana? Nein. Okay. Ich hab das jetzt als ihr einbricht. War das jetzt eine Frage, oder? Nee, keine Ahnung. Bin egal. Danke. Ähm... Bin ich ein Dämon? Ähm... Ja... Ein... Ja... Ähm... Sehe ich menschlich aus? Nein. Oh Gott. Oh. Das müssen wir doch sofort ins Gesicht fallen, wenn du es nicht menschlich aussiehst. Also bist du schon mal nicht Memma, also... Ähm... Habe ich Augenringe? Nein. Oh. Komm nicht aus Blue Exorcist? Nein. Ach schade, vielleicht der Vater hätte sein... Komm nicht aus Blue Exorcist? Ja. Ja, dann bin ich hier. Der Glatzkopf. Nein, warte, nein. Du hast ja gesagt, ich hab keine Haare. Äh, ich hab Harte. Ähm... Oh, wie heißt das nochmal? Nein. Oh, Junge. Bin ich Teil eines großen Plot-Twists, wo jeder gesagt hat, nein! Ähm... Weiß ich gar nicht. Hast du nicht Teil eines geguckt? Nee. Also ich glaub nicht. Okay. Äh... Schieß ich mit Waffen? Nein. Oh, fuck. Ähm... Du machst es mir nicht einfach. Ähm... Ähm... Bin ich ein Shimigami? Ja. Komm hier aus Death Note? Ja, woher sonst? Ja, kein... Ist... Bleach! Zum Beispiel. Ja, okay, ja, also... Bin ich Ryuk? Ich hab ja von Bleach keine Ahnung. Bin ich Ryuk? Ja. Oh. Oh. Cool. Die hast du nicht so lange gebraucht. Also, ich... Ich komm aus... Ich komm aus... A und O Exorzist und... Ich trag ne Brille und hab... Bin männlich und hab... Hab normal lange Haare. Also, du kommst nicht aus A und O Exorzist? Hä? Hab ich dir auch nein gesagt, oder? Nein, du hast ja gesagt. Hast du... Ist nicht mehr vollkommen die Frage. War ich AFK, glaube ich. Mach so einen Zettel so... Irgendwas ablenken. Haken. Weißt du? Ähm... Also, ich komm jetzt nicht aus A und O Exorzist. Nein. Jetzt auf einmal nicht. Okay. Ist, ähm... Ich trag aber ne Brille. Ja. Hab mittellange Haare. Hm, ja. Na, weiß... Nee, kann auch kurz sein, aber mittellange. Passt auch. Das könnten was dann? Also, ich weiß es nicht. Das verwirrt mich. Hauptsache, ich bin nicht in A und O Exorzist. Ja. Ähm... Also, die Sunko kam schon auf Deutsch raus. Ja. Shit, Alter. Okay. Bin ich Detektiv Connor? Nein. Okay. Ähm... Hast du jetzt noch einen Charakter für mich, oder? Äh, ich hab noch einen. Ja. Ah, ich... Oh, Gott. Bin ich menschlich? Ja. Oh. Bin ich weiblich? Nein. Oh. Definitiv, nein. Okay, die weiblichen Charakter gehen unter. Äh... 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 Hier, ähm... Komm ich aus Attack und Titan? Nö. 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 Äh... Ähm... Komm ich aus Code Gees? Nein. Ach, schade. Habe ich aufgehört, eine Brille zu tragen? Nein. Nein. Ähm... Ist mein Anime länger als... Ja, ja. Ja, kann ich jetzt schon sagen, ja. Okay. Habe ich... Kämpfe ich mit Waffen, oder so? Hm. Hm. Wohl eher nett, aber... Okay. Es ist nur sein... Ja, wohl eher nicht, nee. Ähm. Ha... 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 Brille? Viel, Mann. Ha... Ha... Shit. Nee, es hat gerade nicht so gut gepasst. Ähm... Mein Anime wurde auf Deutsch gedapnt. Ich komme nicht aus A und O Exorcist. Nein. Shit. Aber ich bin erwachsen. Ja. Da geht viel Action drin vor. Ja. Und der war in der Liste. Ja. Ähm. Ah, scheiße. Die Synchro gibt's schon lange. Zum Teil. Ja. Sieht man einen enormen Zeichenunterschied zwischen den alten und ganz neuen Folgen? Ja. Also nicht so wirklich, aber... Also wenn man das gekauft hat, sieht man nicht so wirklich einen Unterschied. Meinst du jetzt von Magaya? Ich meinte von den beiden Anime, ja. Komm ich... Komm ich aus einem Anime, der einfach Anime-Kulturgut ist. Also... Er spricht Top-Rank. Oben, jeder hat den schon mal geguckt, so. Nein. Hm. 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 Ähm. Ja. Du nicht immer? Komm ich aus Detektiv-Conan. Nein. Ja, schade. Ähm. Äh. Ist doch scheiße. Ey, warte. Ähm. Ich gehöre... Ich bin nicht der Hauptcharakter. Ja. Ich habe was mit dem Hauptcharakter in positiver Hinsicht zu tun. Ich hasse jetzt den Hauptcharakter nicht auf, auf böse Wichtenweise. Nicht wirklich, aber es besteht Hass. Okay, deswegen habe ich einen Bösen. Ja, ähm. Was ist denn das? Ähm. Ich muss die Brille tragen, weil ich es sonst nicht sehen kann. Glaube ich zumindest, ja. Es ist eine normale Brille. Ja. Also es ist nicht so Hightech over 9000-Shit oder so. Ja. Oh, schade. Jetzt hast du Nein gesagt. Okay. Ähm. Bin ich ein Ghoul? Nein, nein. Ja, könnte ja aus Tukyugui kein Kaneki sein. Ähm. Wie komme ich aus einem Anime, wo viel Blut spritzt? Hm. Jein, ja. Schon. Komme ich aus einem Anime, in dem der Hauptcharakter weiblich ist? Nein. Mann. Ähm. Ich war männlich, ja. Ja. Gut. Ähm. Sind meine Freunde die Mohnen? Nein. Okay. Glaube ich jedenfalls. Also nein, wirklich nicht. Ähm. Ha. Der Hauptcharakter ist also männlich. Ja. Was? Äh, was? Ja, also ja. Aber wir können uns drauf einigen, dass er nicht aus A und O Exerzis kommt. Ja. Ähm. Der Hauptcharakter trägt keine Brille. Ja. Der Hauptcharakter ist ein Lauch. Nein. Hm. Ähm. Ähm. Es ist voll dieses Beschämde, dieses, 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 dieses Traurige. Okay. Das musst du als, als Intro, so, da kommt so ein richtig geiles Intro, ba, 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 und dann kommt so eine Abspannung, und drunter so, okay. Habe ich einen Bruder? Ich glaube nicht. Okay. Ähm. Ähm. Oh Gott. Ist mein Anime ein Romance-Anime? Nein. Ach, mein. Da hätte ich eine kleine raus, weil zur Verfügung. Aber der steht doch auf der Liste, das heißt, es muss dabei sein. Ähm. Ja. Bei dir schon, ja. Ich habe eine scheiß Brille. Und. Ja. Hä? Ich kann, ich kann, ich kann die Welt jetzt gerade nicht. Der Anime. Hat der schon Filme? Ja. Der Anime ist nicht Dragon Ball. Nein. Ah, gut. Warte, warte, warte. Ja. Oh Gott. Der Anime ist nicht Dragon Ball. Der Anime ähnelt Dragon Ball in der Action. Nee. Das ist ein Weltenunterschied, glaube ich. Okay. Okay, okay, okay. Bin ich ein Gamer? Nein. Ach Mann. Komm, ich bin Naruto. Nein. Was? Ähm. Ist das ein Anime, in dem ich noch schaue? Wahrscheinlich. Also ist der noch nichts zu Ende? Ja. Also. Der Anime. Ja. Also ist der jetzt zu Ende oder nicht? Ja, der ist, also, also der Anime ist nicht zu Ende. Alles klar. Alles klar. Kommt ihr aus One Piece? Nö. Na. Ja. Das ist so scheiße, ist das. Was, ähm. Aber das hat eine deutsche Synchro. Ja. Naruto ist es nicht. Dann ist es One Piece auch nicht. No Hakami war es auch nicht. Dragon Ball war es auf jeden Fall nicht. Und Full Metal Alchemist bin ich auch nicht, Alter. Was ist da los? Oder warte, bin ich, bin ich nicht aus Full Metal Alchemist? Nein. gut ich habe dir jetzt geholfen Junge ich weiß wer ich bin ich bin nicht aus der Season aus der jetzigen der Anime läuft halt noch hat mein Anime mehr als 500 Folgen ja lol ich bin nicht aus Detective Conan ja lol ich bin nicht aus Naruto nein was gibt es noch für Anime ja du bist nicht also also ja okay okay du arbeite ich beim Militär nein scheiße Mensch komme ich aus Konoha ja oh Gott wer ist denn alles in Konoha ich habe keinen Plan stimmt nicht sagen wenn ich einer der Hauptcharaktere ja na ähm ich meine bei Naruto ist das so eine Sache da kann man nicht so manchmal weißt das switcht halt zwischen Charakteren immer um ich habe halt Naruto nie geschaut deswegen echt ja man das ist äh traurig ich will den Anime erst anfangen wenn die Filler vorhin aufhören also wenn die Story zu Ende ist dann kannst du es auf dem Sterbebett gucken man das ist das dauert übelst lang noch soll 2017 aufhören glaube ich und dann überspringe ich alle Filler ja Hauptsache nicht so wie One Piece ne bei Detektiv Conan ist es einfach auf den aktuellsten Stand zu kommen aber bei One Piece ist es schwerer bei Detektiv Conan ist es auch übelst einfacher dann legst du dir die neueste Folge ein dann machst du es so wie früher wie immer es ist einfach bei Detektiv Conan sind halt 60% Filler ja also ich habe eine Brille ja habe ich eine übelst große Nase warte jein was meinst du jetzt damit ich verstehe also es ist vielleicht normal für manche Charaktere aber zu größer sind wir ja auch nicht ich habe eine größere Nase als die Hauptfigur ja die Hauptfigur ist mit mir in irgendeiner Hinsicht verwandt ja jung alter ich bin hier der Vater von den beiden Eric Brüdern nein will ich nicht doch okay das ist so ein schwerer Charakter gewesen den ich rausgesucht habe willst du noch zu Ende machen? ich gebe dir auch noch einen Tipp ähm warte ich bin aus Naruto ja ja ähm bin ich Kakashi nein ach man warte kommt aus Kanua überhaupt keine Ahnung ja ich habe keine Ahnung bin ich ein Abotor nein äh ähm ähm nächster Suche nein kommt überhaupt aus Kanua ja ähm ja gut wenn ich dir jetzt einen Tipp sag dann weißt du sofort ja wahrscheinlich soll ich dir? ja der Charakter ist ein Perverse Jiraiya? ja ich habe gesagt dass du sowas alles klar alles klar das Video geht zu 45 Minuten viel Spaß beim Schneiden ja werde ich haben morgens schreibst du mir ich hasse dich man macht auf jeden Fall Spaß mit dir aufs Sinne ja ja war cool hat Spaß gemacht wirklich ich mache das öfters auf meinem Zweitkanal da weil ich eh zu wenig zu produzieren habe da drauf weil es öfters dabei sein wenn du willst ich kann ich euch diese folgen oder folge gefallen haben sollte schreibt es mir mal in die Kommentare und ja wenn ihr mehr sehen wollt mit ihm schreibt es mir auch in die Kommentare ich bin sympathisch auf jeden Fall haut rein Leute ja und äh Marta willst du noch irgendwas sagen? und schaut mal bei ihm vorbei bevor ich das vergesse ich mache ich mache Waffeln ciao ciao